ja halli hallo hallo youtube wir sind auf der neuen map die gestern im mod hat rausgekommen ist oder grini oder so und den machen der gebäude ma sieben die ich ja auch schon mir mal gekauft hatte die stellen ja ls gebäude her und die haben jetzt eine zweite map rausgebracht und die wollte ich mir gern mal angucken wir sind hier am hauptgebäude nehme ich mal an ich mach mal auch den flugmodus an das ist die karte gucken wir uns als erstes mal an ist auch multifrucht retikale luzerne dinkel senf rote beete karotten aus den nacken ja hier ist die kirche wo die die ganze zeit bimmelt und man sieht schon dass die gebäude hier alle neu sind nur hier mal durch die stadt so ein bisschen hier sind halt ziemlich viele geräusche aber die gebäude kenne ich so alle nicht verkaufsstation hier alles wohl neu gemacht alles schön dekoriert sieht auf den ersten blick schon mal richtig geil aus verarbeitung ist schon geil gemacht straßen auch gut laufen wir mal hier weiter viel deko ja hier ist nochmal der name ich kann ihn nicht aussprechen so hier haben wir eine mühle oder sowas richtig geil gemacht ich kann uns ja mal ein bisschen oder mal ging doch mal wir kaufen mal alles müsste das doch uns alles gehören dann sieht man hier auch ein bisschen was also da muss man da ausschalten nehme ich mal das ist die mühle dann kann ich die nicht kaufen land ist doch alles uhr und zwar ja sieht auf jeden Fall richtig geil aus ich mach das mal wieder an hintergrund geile brücke was haben wir hier noch auch sehr schön hier mit dem fluss wasche sieht richtig super aus ja hier sind wir vor dem wald ne was sind wir denn jetzt hier ah hier Mapende können wir mal gucken okay kommt man nicht durch ja gut hier ist ein Segeberg das sieht ja richtig scharf aus und die Texturen hier mit der Erde wie gesagt die Gebäude die sind wohl alle neu so wie das aussieht haben die wohl selber gemacht textur mäßig richtig mega hier kann man also viel erkunden sowas habe ich auch noch nie gesehen schön mit blättern hier alles gemacht ist richtig gut so was haben wir hier noch ja hier auch mit den Wegen schön gemacht sehr schön gefällt mir super hier haben wir auch eine Produktion nehme ich mal an ist auch neu ne kenne ich so auch noch nicht die Wege sind echt geil gemacht leko mio das sieht richtig geil aus was haben wir hier noch das sieht aus wie ein Viehhändler ne sollte ich mal sagen wo sind wir ah da oben ja ja Viehhändler auch schön hier Kreisverkehr ist da richtig geil guckte das an ne 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 ach hier mit dem Wasser so richtig schön gemacht das geht noch unten ne ist das auch noch unten ja ne so was haben wir hier noch eine Brücke gucken wir uns mal die Brücken an auch schön mit einer Welle drin ah da ist schon ein fetter Zug schon scharf gemacht ne muss man ja echt sagen dann haben sie hier wo Weiden ne Schafe da können sie mal ein bisschen Geld drauf schießen können wir hier mal kaufen machen wir mal 30 Stück und Ziegen auch noch ja ja hier ist auch wieder ein neues Gebäude was ist das hier kann man Holz verladen oder was mit Geräuschen sehr schön wo sind wir jetzt eigentlich hier warte hier kann man auch den Zug mieten hier ist auch noch eine Stadt oder was ein Tunnel oh was ist das oh haben wir geil gemacht ne guck mal Felder sind auch für jede nicht zu groß auch kleine dabei was haben wir hier ein Schafe ne sieht so aus ja da kann man mal Ziegen machen was hat man hier unten dann noch mal hier für Ballen sehr schön also hier wer einen kleinen Grafhof spielen will mega Gebäude sieht richtig geil aus Texturn Hammer muss man echt so sagen wir haben ja jetzt Ziegen haben die auch Milch hier ne nur Wolle nur Wolle okay also hier wer einen kleinen Schafhof spielen will der ist ja wohl mal richtig fett so was haben wir hier noch auch wieder ne Weide oder was hier ist auch wieder ein Verkaufspunkt die sind alle neu das hier kann man Käse verkaufen sieht jedenfalls so aus ne so dann kommen wir mal wo was haben wir hier noch ah ist schon Wahnsinn was die hier gemacht haben ne Trasen schön das sind so glänzende ich hab mal gehört dass es wohl neue Straßen geben soll wo Wasser drinsteht wenn es regnet eine Tankstelle da können wir aber gleich mal gucken ob das geht da können wir ja mal vorspulen ah hier ist der Shop hier ist auch noch ne Verkaufsstelle nehmen wir einfach mehrere Sachen hier ist auch wieder ein schöner Kreisverkehr die Stadt selber boah schau ich das an also das ist schon cool gemacht muss man sagen und alles neue Gebäude ne ich kenn die nicht hier schön ein paar Felsen Treppe das ging im Pool ne also ist schon man muss hier keine Mods runterladen die Karte ist 800 MB oder so groß ah hier ist es auch noch ne weiter kann man nochmal gucken das hier also man hat wohl hier sehr viele Weiden Fütterschafe die kaufen wir jetzt mal nicht so hier kommen wir dann zur Stadt und zum Hof gehe ich mal von aus da hinten ah hier ist ein kleiner Fehler Schildverkehrshaus halt aber die Gebäude schon echt der Hammer auch hier auf den Zebrastreifen hier Risse drin was ja auch normal ist viel Geräusche hier sind auch wieder die glänzenden Straßen das sind glaube ich neue Straßen die Gebäude sind Hammer was ist das hier Käse rein mal da reingehen ja cool schön gemacht wie gesagt richtig geile kann man nur immer wiederholen richtig geile Gebäude das muss man echt sagen Texturen sind echt vom Feinsten ja hier sind wir dann wohl wieder im Stadtzentrum richtig schön gemacht so dann würde ich mal sagen gucken wir uns mal den Hof noch an der hier hinten ist schöne Einfahrt so dann machen wir auch mal aus ja ja Silo Gebäude sind Knaller Freilaufende Hühner auch schön hat man hier Ballenlager hier geht's runter hier hat man Silos ne Kopf-Silos Wäsche hier ein Durchfahrtssilo schon richtig geil gemacht schön Deko alles schön Deko alles schönen Hof Glückruhe ja Mist abladen sehr schön nur ein Kuhstall sehr schön sehr schön kann man echt sagen der Hof sieht geil aus da hatten wir auch ein Ballenlager kann man also hier oben auch noch Ballenlagern das ist ja geil gemacht was kann man hier ach hier ist die Käserei nehm ich mal an das hat man eben gesehen ne ja am Hof sehr schön war richtig geil gemacht ne hier Bauernhaus auch schön was haben wir hier noch kann man hier rausfahren dann auch hier mit den alten Rädern Holzrädern ja hier kann man rausfahren cool also das ist schon richtig geil gemacht da brauchst du keinen Hof zu bauen da ist der Unterstände noch nehmen wir an hier Werkstatt ja kommt man auch raus also kein Problem wie gesagt hier kann man wahrscheinlich nicht zu groß spielen ne 110 Kühe soll ich ausreichen ja hier hinten kann man die Milch abholen auch hier hinten geht es auch noch weiter guck mal ach die haben ja ne Weide guck dir das an das ist ja cool gemacht das ist ja cool gemacht wir haben hier quasi hinten dran noch ne Weide gemacht schön ich mach nochmal was ah das ist schon leckum hier leckum hier was für eine geile Map hier sieht man auch nochmal ne die Gülle auch ganz anders kein Standard neu gemacht alles leckum hier also da kriegt man richtig Bock zu spielen auf der Karte auf der Karte hier ist noch ein Ballenverkauf nehme ich mal an da hinten ist eine BGA da kann man auch mal hingucken interessiert ja vielleicht auch den ein oder anderen Karte mal hier Kalkverkauf oder was aber sowas von guckt euch das an hier ne das nenne ich ja mal gelungen Geilomat ist das ein Wasserturm da kann man auch Sachen verkaufen Kalk Steine Kacksschnitzel Mist oder man kann es kaufen ja richtig geil gemacht was ist das hier Schweizer so dann fliegen wir nochmal zur BGA auch schön gemacht nicht zu groß finde ich völlig ausreichend eine Waage alles ist schon krass ne und hier wenn man sich mal die Aussicht gönnt schon krass die Karte hier hat er andere Wege gemacht aber die Übergänge sind halt mega ne also muss ich echt sagen Gräben für Wasser geile Brücke bald getrimmt also ich werde jetzt auch mal ein bisschen überziehen hier wir sind jetzt bei knapp 26 Minuten das ist mir auch egal wie lange das dauert weil die Karte ist es wert zu zeigen hier sind wir wieder an der Kirche also guckt euch das Panorama an hier ist ein Kinderspielplatz cool gemacht lecker der Hof der ist echt was hat man denn überhaupt hier ich kann ja mal gucken das macht hier Baumenü das sind hier oh mega ich meine ich will hier nicht bauen ich will das nicht kaputt machen ich will das nicht kaputt machen schon geil gemacht alles ne Gras ist das normales Gras ja gut da haben sie jetzt äh Bäume Bäume gut da habe ich jetzt andere noch glaube ich drin ne das sind die Standard die habe ich gar nicht reingenommen was aber auch nicht schlimm ist und heute gibt es keine neuen dazu hier sind nur die die normalen aber sonst ist nichts dabei ich habe auch extra fast alle Mods mal ausgestellt um zu sehen was hier drin ist was ich mal ausprobieren wollte ist ob man das sieht an den Straßen wollte ich mal gucken ja das sieht aus als wenn da Pfützen drauf sind ne ja das sieht aus als wenn da Pfützen drauf sind ne das sieht aus als wenn das Wasser runter läuft hier sieht aus als wenn das Wasser runter läuft kann man nochmal nochmal hier auch Schnee machen Warte, den 17 Grad. Warte, was da fehlt. Na ja, der zieht so aus, ne? Dass das dann wie Pfützen aussehen soll. Ja, ich würde hier gerne mal... Mal im Dunkeln gucken. Ach, alles schön beleuchtet. Dezent, nicht zu aufdringlich. Fuck, da war doch Schnee. Wann geht der jetzt weg? Ich will noch mal probieren. Das war mein Fehler. Jetzt war mal Schnee. Machen wir mal kurz warten, bis es heller wird. Spielt sich zu weit spulen? Das sieht schon geil aus, ne? Straßen sind trotzdem... Die Hauptstraßen sind wohl frei. Wie sieht's am Hof aus? Alles frei, also muss man da nicht... Schneeschippen. Also ist nur angedeutet. Gut. Jetzt haben wir 33 Minuten. Ich denke mal... Das reicht für den Anfang. Für ne Mapvorstellung. Ich bin echt begeistert von der Karte. Und... Eventuell werde ich die auch mal spielen. Weil... So ne schöne Karte, die kann man nicht einfach so rumliegen lassen. Wie gesagt, hier sind sehr viele Weiden drauf. Sieht man ja hier, ne? Da ist ne Weite... Da ist ne Weite für Kühe. Schafstall, den hatten wir ja uns angeguckt. Hier ist auch Witterweide. Es sind halt Kühe und Schafe. Schweine sind hier nicht drauf, so wie ich das sehe. Verkaufspunkte, wie gesagt, sind einige da. Hier ist ein Wasserturm. Da waren wir ja überall, Sägewerk. Ja. Und wie gesagt, äh... Sind noch schöne Sachen drauf. Mit Senf und sowas. Habe ich auch noch nie gespielt. Felder sind auch nicht zu groß. Wenn man guckt, ne? 1,4. 1,4. Ja gut, das sind 8. 3. 2. 2, 3. 2, 3. Und hier oben hat man halt auch paar Größeren noch. 9. Also fast 10. Also hier kann man sich schon gut verwirklichen. Gut. Dann war das mit der Kartenvorstellung. Ich werde mal gucken, vielleicht spielen wir sie heute noch. Ja. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und ich würde mal sagen, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.